Moin Leute, was geht? Ein neues Werkzeug. Ich hab nichts geschrieben. Leute, ihr wisst nicht, was gerade passiert. Ihr wisst das nicht. Leute, ich hab das gerade neu gezogen. Ich dachte, komm ich zu einem üblichen vielleicht. Passt dich ein, Leute. Und zwar, Leute. Ich ziehe den Lava-Hund, Leute. Leute, zieht euch das rein. Und ich hab noch eine Legendary. Und zwar den Inferno-Drache. Leute, wenn ihr auch die beiden Karten habt, macht erstmal Lava-Hund. Und dann, ja, Inferno-Drache. Weil Leute, dann greifen die erst den Lava-Hund ein. Und der Inferno-Drache kann so lange sein Lava so machen oder so. Oder ich kann auch hoffen, damit meine Zunge mal guckt. Ist zu laut. Egal. Ja, Leute. Leute, bitte. Hoffentlich krieg ich ein Lava. Leute, macht diesen Deck nach, Leute. Das helft euch sehr. Aber nur die beiden Legendary, die ich hab. Leute, wenn ich... aus dieser Goldbrille gibt es noch eine Legendary. Und zwar, das ist dieses Mal... ...Priko. Leute, Eismerger, finde ich scheiße. Nein, äh, was die scheiße, Eismerger. Leute, es ist sehr gut für die Verteidigung. Bitte tut das bei euren Deckern. Bitte. Die das nur haben. Es ist einfach zu gut für die Verteidigung. Es macht langsamer und macht Schaden. Sondern ich find das richtig geil. Und ja, deine Oben sind blau, hab ich gehört. Egal, Leute. Wir sehen uns demnächst mal. Und, äh... Tschau. Leute.